So, dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 days to die, ich bin der Zoborock, mit dabei ist der Joe und die Schlumpfine. So, was war das jetzt, was du gesagt hast, 1, 2, 8, 50 Sekunden. 50 Sekunden. Dann müssen wir da mal Strom da unten anmachen, einmal sehen, dass das geht. Ja. Also noch nicht gleich, einmal nur, dass unten nicht die Darts an sind, sondern dass die Propellatoren an sind. Genau. Wenn die an sind, dann kannst du die Kamera einsehen, oder? Ja, genau. Dann kannst du einfach einmal die Kamera einstellen. Genau. Ist das schon wieder am regnen, ich kann das nicht mehr. Ja, das ist ein scheiß Wetter. Ja. Ja. Lassen wir hier jetzt. Dann geht das mal raus. Na komm hier. Messing, mach hin. Nee. Das ist einfach mal auch gut hier. So. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Also, wenn alle Lange sind. Ja, ja. Ja, ebenso. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. da ist fertig wunderbar das ist immer noch hier draußen gott ist das dunkel hier habe ich gerade auch gesehen da liegen die wassertropfen noch alle rum so strömchen ran ja hier haben wir brauchen nicht immer außen rum rennen wir haben hier so eine kleine kante wurde draufstehen kannst du sie vom geländer aus da dran springen das ist ja wieder dieses wenn das geht auch eigentlich also für den moment kannst du da gut drauf stehen da ist eine winzige kleine kante ja stimmt und kannst du einen springsprung machen quasi spiel ich mache mein springsprung ich habe nicht hoch genug ich habe dieses nein ich bin nicht hoch genug ich habe dieses weiße genau brauchst du einen block höher vielleicht ich mache mal strom an mal gucken ja oder warte bleibt du hier guck in die kamera dann mache ich an oder so das war einfach für die jetzt unten die blades ja einmal die anmachen dort unten strom und müsste ein auf strom sein denn alter ist gut pass mal auf wie gebe ich ihnen den dieren und dreht an na ja ich schreibe ich nicht richtig bald die fräse sag ich dir so ehrlich das ding läuft ja da hinten kommt wieder einer von den grünen die apparatur kaputt ach du eins so ja 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 das ist aber party war das kann ich dir sagen wenn das hier läuft ist dann ist was los hier so also die kommen auf jeden fall hier nicht ungeschoren vorbei das geht nicht ja siehste das kannst du dir ausmachen das geht ok wir müssen nur einmal halt eben ja voll machen ne ja das ist einmal diese sache wenn wir jetzt hier zwölf lang durch ich habe wieder ausgemacht ja er ist gut wunderbar ist eingestellt muss nur halt wie gesagt munition rein aha noch alter das gibt es noch ja da brauchen wir einen berg munition für wundert mich warum wir hier nicht weiter kommen warum ich habe noch 179 messing in der tasche nein und alles steht still hier weißt du also wirklich das ist ja jetzt haben sie Hunger und ich bin mit Messing in der Tasche rum eieieieiei hält es ja nicht aus so vier dann brauchen wir eine ganze menge was haben wir gerade wie war das die Horde in zwei tagen 42 ja das heißt in wieviel tagen ich kann das nicht gucken zwei tage 25 wir brauchen eine ganze menge munition ja wenn noch irgendwas dafür besorgt werden muss sagt bescheid ne ja das brennt aber durch also das geht nicht schneller ja wir können das nicht wir können jetzt hexen ja aber sonst an ärzten oder so brauchen wir dafür dann nichts mehr nein nein erstmal nicht hole ist da alles da blei auch genug da blei bin ich mir nicht ganz sicher wir haben 1 2 3 4 5 6 7 8 9000 blei 1.300 blei drin also da kriegen wir noch nicht was raus was kriegen da raus ok warte mal sekunde da krieg ich noch mal 3600 Spitzen raus also das reicht da brauchen wir noch nicht große gedanken machen schlimmer ist wie gesagt Messing muss durch ja das kann er nicht schneller rauskriegen als wie wir das reinbrennen das ist das Problem aber naja gut irgendwas ist immer ja weil wir müssen halt noch eine Schmiede aufstellen und dann weiß ich nicht vielleicht nochmal umbauen dass man eine eine Werkbank und eine Schmiede und ein paar Kisten zusammen hinstellt dass man da nur das ganze Mungebiete durchmacht Messing und hast du nicht gesehen zusätzlich aber muss ja nicht muss eigentlich nicht aber wir haben ja wie gesagt wir haben ja noch die eine Eisenschmiede wie könnte man theoretisch auch umbauen und sagen hier da kommt nur Messing also da schmeißen wir Messing auch mit rein ja das macht ja nichts ja stimmt mal Lehm geht da ja eh immer mit rein ne in die Eisenschmiede ja eben ich weiß was das mach ich mal ich lass das mal laufen hier ich lass das mal laufen hier ich lass das mal raus ich lass das mal raus katze mal schön sanjes Wetter jetzt Oh ja. So warte mal, wir müssen doch das mal wegpacken hier. Noch mehr. Ich hab auch noch Schießpulver. Ups. Warte mal, ist die fertig? Jawohl. Hier Messing. Na? Gut. Jetzt mag sie nicht mehr, wa? Wa? Jetzt sind wir hier und jetzt mag sie nicht mehr. Jetzt kommt sie nicht mehr. Echt mal. Das ist nicht zu fassen. Was erlaubt die sich eigentlich? So mal. Ich hab keine Ahnung. Ah. Was ein schöner Morgen, ne? Oh ja. Ja. Sieht doch schön aus, ne? Und so friedlich. Ja. Oh, das ist auch schon wieder Uhr, ne? Mhm. Ja, ist auch schon wieder Uhr, ja. Das Lüftchen weht. Genau. Was haben wir hier? Nach Abholung? Bei Abholsachen, ja. Was macht nichts mehr. raus? Er媓 Galen. Na? Ja. Was ist auch wieder. - sag mal eine liste in der questliste da wird dann die komplette das stimmt da wird die komplette geschichte abgerackel was man an quest durch hat ja sind ja nicht so extrem viele bei mir also ich muss ich sagen also das sind was sind das hier 1 2 3 3 seiten das war es so viel haben wir da gar nicht gemacht vielleicht mal mehr vor vielleicht sollte man da echt mehr machen vielleicht findet man denn ja die vielleicht 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 wieder auf nehmt ja vielleicht genau oder dori ja genau oder vielleicht das puzzle fertig und was da fehlt garantiert ein ein da fehlt garantiert einer ja 100 prozent ja so ein 1000 teile puzzle nur von der wüste sahara und dann fehlt ein einsteinchen ja genau die neune mitte ja ach meine enkelin die war sowas von tief bedrückt die hatten puzzle gemacht ja ich glaube 25 teile was ist das ist schon ganz gewaltig ne 25 teile ist schon eigentlich schlecht fehlt ein teil in der mitte fehlt den teil ja was hast du gemacht ja ich habe versucht dass denn das ging aber nicht die war tief die war ganz ganz traurig ja da hatte die prinzessin kein auge ach ja das ging ja ja aber das muss ich das muss ich ganz ehrlich sagen das sind so momente das vermisse ich so ein bisschen bei den kindern so dass sie schon ja aus dem gröbsten so weit raus sind ja 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 weißt du das ist aber auch so eine moderne zeit gerade und die haben ja viel mit tablet und tüdelkram das kotzt mich so ein bisschen an dass die immer an den ding sitzen da und dann ja ist ja auch von zu hause aus die die haben eine stunde und dürfen die und blablabla und ich bin ja überhaupt kein fan von überhaupt nicht dieser lasst sie doch mal ihren körper hingang kriegen weil wenn die wenn die das ding nicht angegangen haben dann ja kann ich am tapfer nicht weg wenn du sagst hier ist jetzt feierabend ne schluss jetzt oh ja okay kann ich den fernseher gucken ich sag nee auf wen schießt du denn auf die olle wo denn der hat ein auge dafür der weiß genau wo die ist auf jeden fall dann kam er an und sagt ich kann ich den fernseher gucken ich sag nie geh raus das ist super wetter geh raus spiel draußen ja was denn alter geh raus und dann streich mal der gehirn an dann passt das schon dann klappt das irgendwann weißt du und dann hier das war dann ganz ganz schlimm dann hat meine frau dann wieder so einen kleinen trick angewandt weil die haben die ja auch überliegen lassen weil wir lange auf dem boden weißt du auf dem sofa oder sonst überall wir haben jedes mal gesagt pack die auf den schrank der wissen wo die sind jetzt haben wir gesagt weiß was die sind beide kaputt wie kaputt ja der darf im sofa ich habe nicht gesehen habe ich drauf gesetzt da ist eine andere da der lager unter der decke und dann unter auf dem auf dem fußboden bin ich rauf getreten weißt du haben wir den schönen schrank gepackt weg ne ja erst mal ja das ist aber das ist aber da fing der große an ja gut denn kaufbauern neues ja ok wenn du meinst haben wir denn ja gleich gesagt dass das nicht so ist dass sie die weggepackt haben dass sie sich ein bisschen gehirn anstrengen sollen und sowas waren die auch ganz ganz dafür und das ding ist jetzt weg seit ich glaube jetzt vier wochen und jetzt nicht mehr nachgefragt und gar nichts jetzt kann da plötzlich der kann ja die können bei dir die können bei das gehirn anschalten und was machen das ist weil sie entgiftet ne ja das funktioniert ja gut da muss ich dann muss ich aber sagen ja sarah also meine tochter schon ein bisschen mehr aber mein sohn der hat erst ganz spät mit dieser ganzen rechner sitzen und dieses ganze zeug hat er ganz spät mit angefangen ich glaube dass das problem ist für sich selber mit 15 oder so klar für die schule halt schon was er ja gut für schule die fangen jetzt schon an im kindergarten damit ja ja klar das war sogar noch früher da kennst du also ich will jetzt ich will jetzt nicht irgendwie rum haten oder so aber es gibt und das erzähle ich jetzt weil ich es genau weiß und es auch miterlebt habe da wird morgens aufgestanden da kommt die tüte chips auf dem tisch in der schale da wird das tablet aufgeladen und dahingestellt dann wird das blag auf die decke gesetzt hier beschäftige dich und die alte lässt sich erstmal schön vom nachbarn umflügen wie ein acker verstehst du ja ja so sind sie alle schneiden ja ich glaube das ist aber auch die 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 generation natürlich ist die generation da kannst du nichts machen also da muss man sich halt eben mit mit arrangieren kann man sagen ja also wie gesagt mich hat es ein bisschen angeguckt ja angekotzt ne im großen so ja verständlich dass ich sage sie mal können sich nicht alleine das funktioniert nicht auch wenn wir irgendwo hin sind oder die brauchen immer irgendwie ne mach was du bist du bist in der täna du musst jetzt was machen ja weißt du dann habe ich gesagt ne ich sage euch jetzt überleg mal wie ich noch jung war weil du klein war oder vater mutter schmeißen uns raus kommt die gange ja ja dann erst mal ein bisschen ja lange weide und dann haben wir irgendwo ein stock gefunden und dann was tolles aus dem gedanken kam denn richtig haben stein gefunden habe schäum eingeschmissen genau so ist nicht so ein bisschen action der wurde so und auch und auch mit vollen eiern kann man eine menge spaß haben im winter im winter voll vollem höhere alter eine halbe palette von diesen faulen eiern vor der fensterscheiben geschmissen dann ins gebüsch versteckt oder hinterm baum versteckt geguckt wie sie die fenster putzen man friert ja sonst an ja und dann hast du dann so oft davor geschmissen bis sie keinen bock mehr an sauber zu machen und dann blieb das alter dran oder halt hier klingel streiche ja das sind solche sachen ja der stadt mit 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 hundefäkalien auf der fußmatte zeitungspapier drüber angezündet angeklingelt weggelaufen sich dann gefreut wie sie in hausschuhen auf der kacke da rumtrampeln so ja mein gott aber das ist das was was hauptsache ich weiß nicht fehlt die potil brauchen mein entertainment ja ich hätte mich das mal wagen sonst zu meinen alten zu gehen und sagen mir ist langweilig dann hast du garantiert andere arbeit gekriegt also aber jetzt jetzt aber marathon laufen gelernt ja das habe ich ja das habe ich auch gelernt von wegen nicht fragen das habe ich auch mal gemacht ich habe lange weil du kannst mir im nicht wieder da warst du froh dass du da und dann und dann wird vom alten da wurde zum alten so rangenommen wenn man das mit der pannschippe da gestanden hast du da einen umgegraben wie einen großen da haben die die foten die haben die aber wie diese aus wie ein blinker die dinge da hat alles weh da ist dem alten so mit tun die hände wenn er sagt ja wenn du so blöd bist und keine handschuhe anziehst du penner ach das war nach zeiten ja ja manche waren mitgemacht der alte der alte der war der war der war der war hart der alte war hart aber er war meines achtens nach das kann ich heute sagen immer fair er war immer fair er hat dir ganz normales rahmenprogramm gegeben hast du dich oder einen rahmen hat er dir vorgegeben hast dich darin bewegt hast das beste leben gehabt aber weh du warst du mit dem kleinen fuß darüber lass aber so lange einen im nacken gekriegt bis du gelacht hast und dann kriegst du noch einmal gelacht hast ja ist so da wurde nur einmal was gesagt beim zweiten mal wurde dann schon die kaffeetaste richtig in position geschoben oder am dritten mal flog das ding und da war das auch scheißegal wo sich das ding getroffen hat das war ja ehrlich ohne scheiß wenn der alte gesagt hat hier so dann hättest du aber mal nur wieder worte geben müssen aber die käme ist falsch die machst du aber kein zweites mal mit das sag ich dir aber da brauchst du keine ansage eine runde rückwärts und von ganz alleine ja so war das früher früher war ja das anders ja aber es hat auch von wir wie wir wir können das auch benehmen alles gut lernen durch schmerz ist nicht unbedingt richtig nein aber ich kann trotz alledem sagen definitiv und ich glaube auch behaupten zu können ich habe wenn sie gekriegt da werden auch zwei von zufrieden schmerzhaft durchs leben gegangen aber ich weiß aber zu 100 prozent wirklich also so ehrlich muss ich sein zu 100 prozent weiß immer selber schuld wenn ich sie gekriegt habe nie zu unrecht also das kann ich nicht anders sagen ich weiß aber wenn du eingekriegt hast dann wurde es aber um handel wie den großen dann hast du aber auch eingekriegt immer mein vater war auch streng ja aber es gab nie es gab nie schläge oder sowas gar nicht überhaupt nicht doch mein vater war da ganz hart von er ja nie dass ich hatte mal das glück mein vater ist dann abends mit seinen arbeitskollegen meistens in der kneipe und wir mussten ja morgens zum bus und an die haus vorbei und ich habe die wohl nicht gegrüßt ich habe die frau nicht mal gesehen gehabt und habe wie ich aus schule kam eine ordentlich vermöbel gekriegt ach nur weil ich nicht gegrüßt habe alter von hier wird das ist ein bisschen hart also das ist zum glück nicht also das ist heavy das ist auch was ich nie verstanden habe warum ich habe die frau nicht mal gesehen vielleicht hatte mich aus dem küchenfeld sehen und irgendwo wieder was ich bin mit ihrer tochter nicht klar gekommen mochte die leute nicht das wusste die ja und dann weißt du was dann kann sie richtig trizen drauf weil sie nach dem modul hast du nicht gemacht okay dann können wir das mal kurzem nachbarn erzählen oder ist da ist sie wieder schnell drehscheibentelefon in der hand nehmen und sofort anrufen die hat nicht gegrüßt schon wieder nicht das war schon das zweite mal heute ja ja das ist furchtbar furchtbar nicht aber das es gab auch mal eine ohren so ist das ja nur auch nicht also ganz nah also ein backpfeife und sowas war schon mal war schon mal drin ich meinte da haben wir auch mein bruder nicht richtig blödsinn mal gemacht das weiß ich noch da wollten wir höhlenforscher weißt du haben ein teelicht gefunden das haben wir richtig interessant aber dann so vergestellten ja schön ja vorher das hatte ich eine nummer größer das war auch gut das hat aber schon gereicht also da haben wir daraus gelernt das war nicht wieder passiert nein aber ich sag mal da man hat damals einen klaps von arsch gekriegt aber es hat doch irgendwo nicht geschadet naja gerade wenn du nicht hören konntest wenn sie was gesagt haben ja das war denn so ein ding so wenn du es gekriegt hast aber mehr also so empfinde ich das denn so einen so einen weg abkrollen aber so richtig einer den hast du auf jeden fall nicht vergessen das hast du auf das eine jahr kann war beim sommer am wochenende und aber halt immer wochenende das war die einzigen tage wo sie alle am tisch zusammen saßen weil er der alte war malochen sie war da auch halbtags irgendwie beschäftigt wenn ich in der schule war weißt du am wochenende dann war heilig großes heiligtum die mahlzeiten auf jeden fall da konnte die erde brennen da brauchst du auch nichts vornehmen da wurde essen zelebriert weißt du da saß die familie am tisch und da kam auch nichts zwischen ja und dann irgendwann er kommst du dann um zwölf nach hause gehst halt rein westlich ziehst ja aus ja und dann fällt mir eine packung streichhölzer aus der jackentasche mit zwölf meine mutter sieht das mit mir am arm hat der alte das gesehen glaube ich nicht hast du geraucht ja was willst du damit streichhölzer ja wir haben vor dem sandkasten so ein bisschen im püffchen gemacht halten im sandkasten sagt sich sagt ja lasst die bloß nicht erwischen und hast gedacht okay das war's ne es kommt ja nichts mehr ja dann ging es halt weiter erst im sandkasten püffchen gemacht und dann keine ahnung haben die erst aus dem fenster geschrien und haben gesagt ohne kommt bevor die alten da wind vom kriegen gehen wir halt hinter den spielplatz hinter die baumgrenze da ist ein riesengroßer acker machen machen wir doch da unser feuer haben wir gemacht dann aber der halbe acker weg also diesen also ich weiß nicht wie viel ich gekriegt habe aber ich weiß heute noch wie es sich angefühlt hat das kann ich dir aber sagen ja danach hat das mit dem feuerspielen aber auch erledigt da wollte ich mir mehr aber wie gesagt man weiß ja selber schuld ja ja natürlich aber nach dem keller gegangen stand die kellertür auf ja so man den platten da die ventile rausdrehen sagt der kollege was für und er dann 80 pfennig taschenmesser gab weißt du so dick wie zwei zahnstocher übereinander gelegt was sie ganz klein billigen dinger weißt du ja dann im vorderreifen rein ich denke das kann ja auch gibt mehr das messer reingestochen halb rumgezogen indem er geht die tür auf am ohr ab nach hause wer ist zuhause nicht die mutter der alte ja stummer ist wie stummere sechs wochen sommerferien stuben ja und dann bin ich habe ich einmal den fehler gemacht bin ich aus dem zimmer raus unter tränen nach drei wochen ich konnte nicht mehr ich war fertig damit ich wollte raus alle freunden haben spielen draußen am schreien im schwimmipool ein planschbecken am umspringen und am machen und am tun und du drückst in die nase am fensterblatt weißt du dann bin ich aus dem zimmer aus völlig am bledern ist aber ich möchte unbedingt da draußen ich mache das nie wieder da guckt er mich an bist du dir sicher sag ja ja ist in ordnung glaube ich dir aber dafür dass sie gefahren aber raus hast christian woche hinten ran das war hart aber wie er sagte sie bist du sicher dass sie mir macht es aber schon voller hoffnung aber dafür dass mich gefragt als ob er raus das bleibst du noch wochen länger drin das ist richtig hart ja aber so war es früher das kannst du heute gar nicht mehr machen ja du sollst ja ein bisschen deinen ganzen tag drinnen zur schule hätte es ja dann noch gehen können ja richtig richtig ja heute ich habe das gar nicht machen dann kommt leicht dass die die stunden das geht nicht mehr kommt da kommt ja die kommune und das jugendamt und nach immer ja ja aber alles aber andersrum gesehen kannst du die kinder halt heutzutage damit strafen so ja wenn du jetzt nicht artig bist dann ist es draußen spielen hast ja genau das ist für die heute teilweise die strafe gibt kein fernsehen ach ja das war noch zeiten nach himmel ja aber schön waren sie auch natürlich das war absolut man hat wie man hat wenigstens aus fehlern gelernt ja aber auch mal davon ganz abgesehen das machen die heute ja auch noch aber ich meine das dauert länger gefühlt ja und überleg mal du warst teilweise in der klicke nur alleine die kinder bei dir aus der straße 20 25 kinder da war immer irgendetwas los einer hat den fußball dabei mindestens weißt du wie ich meine der ist dann so lange wurde dann gepölt wie der mit dem ball rein musste teilweise dann nicht zu dem nach hause gegangen noch gefragt ob du den ball eine stunde leiden darfst hast du dann auch im balkon geschmissen oder keine ahnung was da irgendwelche fahrradtouren gemacht oder allemann in schwimmbad weißt du so polnischen triathlon weißt du zu fuß hin runde schwimmen und damit geklauten fahrrad wieder zurückfahren weißt du so als solche geschichten es war immer irgendwas zu tun keine ahnung war das heute mal so sie ist da fragt man sich echt was ist da falsch gelaufen und selbst der das und das musste überlegen so alt ist hat ja gar nicht mehr und selbst der sagt faller also war wir waren doch früher viel mehr draußen ja ich sagte jetzt sowieso nicht in der bude gammeln gegeben überlegt was selbst er sagt das ja das ist schon und heutzutage ist es auch dieses dieses respektlosigkeit sowas von respektlos ist nicht nur meine meine stieftochter die wollte lehrerin machen also als lehrerin werden ja das hat sie dann ein halbes jahr probiert hat sie erst geschmissen hat gesagt nee ja das geht gar nicht du darfst nichts als lehrer gar nichts doch die füße beschimpfen lassen das darfst du ja das darfst du sobald du dann was gegen ansagst und sowas das waren das waren klassen was diese diese dritte vierte fünfte sowas ne geh mir weg auch ich hab was entdeckt warte mal ein baum genau das wenn wir die riechen also das ist furchtbar das wollte immer machen lehrerin machen und hin und her da und das ging gar nicht das hat sie gesagt das will sie sich nicht antun ich möchte heutzutage auch kein busfahrer sein überhaupt im öffentlichen dienst irgendwas gar nichts überhaupt nicht da musst du da muss ein super dickes fell haben musste mit allem abgeschlossen haben immer das dauert nicht mehr lange das dauert nicht mehr lange dann haben die haben die wirklich nur eine schusslichere kabine da das genau wie die taxifahrer irgendwas ist das auto wie 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 in new york dich ja ja ist wirklich dicht du kannst nichts machen das dauert nicht mehr lange ist das so ich hatte am dienstagen wir haben dienstagen praktikanten das montag oder dienstag der war achte klasse also wegen vorbereitung auf den beruf was wir werden wollen ja hatte ich 16 jahre und dann hatte ich ne omi die hat den schwer beschimpft der bengel hat nachher gesessen hat geheult ja der hat den so runter gewaut sag ich mal so der hat gesessen und hat geheult also der muss ja auch richtig was gelesen sein nichts mehr gekriegt ach du himmel ja was eine böse oma ja die gehört den keller also die ja ich sag mal die omi ist mal so und mal so ich kenne die nur schon ein paar jahre aber ja aber dass man mit sowas auch mal klarkommen kann nicht immer bloß dass die jugendlichen sich irgendwo mal der hat gar nicht mit gerechnet dass eine omi auch so sein kann da gab es lack ich glaube der war damit überfordert der musste erst mal in psychiatrische behandlung danach vier wochen nicht zu gebrauchen ja ja und was halt noch on top kommt nicht mal wir haben uns früher auch gekeilt wie die besenbinder ne ach ja klar so kein problem weißt du wenn einer am boden lag ja dann war das ding durch dann war für dich das zeichen gut jetzt hast du es hinter dich und es ist vorbei na heute ist es so wenn du am boden liegst dann geht es erst mal los dann treten sie ja noch am kopf und ja 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 so und keine ahnung also wo das alles bestenfalls der kranken noch kommt ja wenn es wenn es der dann noch schafft ja genauso war den so meine ich das ja also ich sag ja respektlos das respekt vor allem ja vom leben vor erwachsenen wie auch immer das ist ganz schlimm ich will das nicht mein kampf um Gottes Willen das ist eine ganze 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 menge die das läuft so gut ja aber dann hast du diese als beispiel voran quasi aber dann hast du diese verweigerer und ja ja und die reißen das ganze nämlich den ganzen die ganze quote sozusagen auf die seite ja es genauso wird gesagt man auch mal die polen die die klauen wie die wilden das ist gar nicht wahr ist gar nicht wahr nein das ist gar nicht wahr dass die handvoll die das macht und dabei ist die ganze ja sie ziehen die ganzen direkt dann sozusagen runter ja das wird ja auch gesagt dass der russe auch cloud wie ein rabe doch doppelt so viel wie der pole das macht einfach ein grund umrufig muss er durch pol ja 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 aber das weiß ich nicht dass bei den holen bei den russen heißt das nicht mehr klauen das heißt enteignung einfach nur enteignung das das meint okay verstehe ja ja das ist ein bisschen anders naja ja das ist ein volk für sich da da nee das ist nicht so da bin ich gar nicht vor oder wenn er dann oder wenn er dann so sachen hörst wie ja du hast mir gar nichts zu sagen du bist eine frau da muss ich aber da muss ich dann ganz ehrlich sagen ganz ehrlich jetzt bei allem respekt und ich habe eigentlich eine gute kinderschule genossen was erziehung angeht aber da bei allem respekt sofort alle hebel in bewegung setzen die dieses ja ich nenne das jetzt einfach mal dieses organ zur verfügung hat land schulamt gott weiß was sofort maßregeln aus aller schärfste sofort und wenn keine ahnung wenn sie schulverweise mit sich bringt völlig scheißegal weil irgendwo muss der effekt mal einsetzen das sind menschen die stehen davor 25 26 menschen und haben die passion die vollpfosten was beizubringen weißt du was ich meine die wollen dass es aus dir was wird die versuchen die den weg zu ebnen und du ignoranter hornochser alter stellt sich ja und sagst du hast mir nichts zu sagen weil du eine frau bist ja dann mal juckt ihr das feld aus eine was ist alle los ja was alle kommentiert jetzt ja 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 sommer das ist auch viel von denen von denen ja wie soll man sagen anwanderern aus was wie die aus dem osten kommt das ist aber auch die die mentalität von da zum beispiel türken zum beispiel hat die frau auch nicht viel zu sagen oder wo die so herkommt und dass das schleppen sie auch mit hier rüber ja frauen gegenüber sind die weiß ich nicht so irgendwo respektlos du hast sofort das zu machen was die wollen der mann der mann hat die hosen an sozusagen fertig aus ende wenn er wenn er sagt hüpft dann hast du wie hoch so ist das nämlich und das ist das problem wenn die in ein anderes land kommen andere kultur hier ist da muss man sich daran daran gewöhnen überleg mal du kommst da kommst dahin weißt und machst das nicht so wie die wollen ja dann hängst du am nächsten baum fertig aus ende da gibt es so viele viele beispiele die da und das ist eine sache dass das ich verstehe es gar nicht überleg mal dass deutschland ist bei klein deutschland mehr das ist irgendwie ein ausland ja da wurden ja mehr ausländer als was deutsche wohnen also jetzt das klingt wieder so rassistisch und das ist es auch gar nicht das stimmt gar nicht ist auch gar nicht rassistisch gemein weißt du wenn du jemanden hörst zum beispiel ein alter nachbar wirklich alter mensch und das ist stolz ein deutscher zu sein und sagt ja das darfst du nicht sagen das darfst du nicht sagen das darfst du selber ich darf sowas gar nicht sagen 56 weitere länder der welt können das so ohne weiteres sagen ja und dann kommst du an und sagst über ich bin stolz auf mein land ich bin stolz dass ich deutscher bin und dass ich das hier und dass das wenn du das sagst dann wirst du gleich sofort wieder in zweiten welt richtung zurückgeschickt einmal einmal das da wird sofort wie nennt man es diese diese nazi keule wird sofort sofort und was was halt auch sehr extrem auffällt meiner meinung nach der verlust der deutschen tugenden weiß ich nicht alles alles ist jetzt alles unter diesem schirm sag mal hast du blutdruck oder so ich rieche ich rieche was fällt alles unter dieses political correctness weißt du dies darfst du nicht sagen das ja dann fühlt sich keine ahnung dann darfst du zigeunersauce nicht mehr sagen weil da fühlt sich angeblich irgendeiner bedroht oder negerkuss mohrenkopf die ist nicht das nicht aber gehen wir gehen wir zu den betroffenen nationen jeder meinung sagt mal immer findest du das blüht sich dadurch rassistisch irgendwie angegriffen die lachen nicht aus weißt du was ich meine die lachen die lachen nicht daran heraus oder genauso wie dieses gendern tut mir leid also ich bin jeder wer will jeder wer will kann ich gar kein problem wenn einer meint keine ahnung ich bin heute fühle ich mich als frau morgen fühle mich als mann nächste woche als muss haltestelle alles gut kein problem so alles kein thema so aber bitte ich habe zwingen hier nicht irgendjemand irgendetwas auf wo keiner was von will und zumal es ist nun mal wirklich so wenn du irgendwann das hemd an kriegst wo keine tasche mehr drauf genäht ist ja wenn das letzte taxi kommt ja so dann wird irgendwann wirst die flamme exhumiert wenn du glück hast oder wenn du pech hast wie auch immer so und die frage die dann gestellt ist ja er oder sie weiße war das er oder war das sie ist das eine die oder ist der ja ja weißt du was ich meine und nicht ist das es oder mit mit ohne kehlkopf oder keine ahnung weißt du was ich meine ich meine da bin ich da bin ich ganz kein problem da bin ich ganz offen ganz frei also das können wir entscheiden wir haben das ist kein problem was mich aber an nervt und dermaßen an kotz ist dieses gendern schreiben und reden ja mich sehr maßen an ich sage leute kann man nicht einfach sagen liebe zuschauer und zuschauerinnen kann man das nicht sagen gesagt mit ja kann man nicht kann man das nicht sagen das sind zwei zwei wörter kann man die nicht beide benutzen ja ist das nicht möglich so wurde doch immer gesprochen meine damen und herren ja oder sie und euch ja ist das ist das ein problem ich war mal den drops holen okay ist genauso wie was sagt man du bist ein tischler du bist du bist du bist du bist eine tischler drin weißt du ja aber das ist das ist dieses ja und das ist ein problem heutzutage früher nicht früher war es kein problem weißt du da kam die 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 gute dame weißt du um die ecke in weiße klamotten was machst du denn hier ja ich bin der mauer ach siehste wunderbar dann kommen wir gerne ja richtig ja aber heutzutage ich bin der maurerin ja richtig weißt du und dann heißt das ja aber vor allem die wenn die dann anfangen dieses dieses gender gerede also dieses ich krieg plack ja ich krieg plack wenn ich sowas lese oder wenn ich schnacken wie ich furchtbar kommt bei mir nicht vor das hat sich auch schlimm an auch wenn es lesen tut ein ja ja das heißt doch nicht aber es heißt doch trotz alledem nicht dass man den leuten ihre gesinnung nicht nicht gönnend oder oder das heißt doch nicht dass man da was gegen hat oder so was ich meine das hat früher funktioniert warum soll das nicht funktionieren ja richtig richtig da ist jetzt ein bücher paket renne fernkampf mod paket eine spritze ein glas honig und ein tool dickes eine spritze der ein bisschen in frankfurt oder was ja genau bahnhof ja genau ortze respekt ist heutzutage echt ein fremdwort für viele das ist richtig ja das ist ganz ganz schlimm das ist ja respekt ist ganz schlimm ja ja also wie gesagt ich kann das da nur noch mal wiederholen also hier geht es in keinsterlei hinsicht um irgendwelche rassistischen inhalte oder oder dass man irgendjemand irgendetwas nicht gönnt oder irgendwie diskriminiert weil er irgendwie eine andere ansicht des ganzen hat oder was jeder wie er möchte genau gar kein problem aber wenn doch hier anderen leuten das nicht auf die da weißt du meine ahnung und wenn ich jetzt vor dir stehe ich kenne dich nicht und wenn ich dich anspreche ja dann nehme ich die höflichkeitsform erst mal sie genau so schönen guten tag und keine ahnung ja klar können sie mal oder haben sie weißt ja jetzt doch alles gut bin ich doch höflich alles prima ja und sie kann ich auf mann weib halb und halb oder drei viertel und weiß ich nicht ja und ihr fall ich mit den ganzen bezeichnungen wer sich wie irgendwo fühlt und wer was da ist wenn man das klatter klatter kann ich komme da auch gar nicht mit ich kann das gar nicht unterscheiden wer da was ist oder wer sich fühlen vor allem was ich meine was was mich auch stört wie früh die damit anfangen ja dieses mit der ist ein junge der fühlt sich über das mädchen ja wie alt ist der denn zwölf ja leute hallo ja lasst ihn erst mal in ankommen bevor bevor ihr irgendwas macht ja bevor ihn mit irgendwas unterstützt oder so krams weißt du denn vielleicht unterstützt du den in eine verkehrte richtung ja eben weißt du dass das das was wenn ich mir nicht früher 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 da war ich auch keine ahnung 89 oder was weiß ich ja da hat mir auch eine habe ich auch mit mädchen zusammen gespielt und dann haben wir mit barbie gruppen gespielt da habe ich kein problem gehabt ja das geht auch ja weißt du das ist aber dafür bin ich jetzt kein keine frau also weißt du man soll den leuten ein bisschen zeit geben ja und anstatt die gleich gleich irgendwo eine schublade reinzustecken rein zu passen und das passt schon dann machen wir eine neue schublade auf das ist denn für beide so ja 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 ne was schreibst du otze wenn man mittlerweile eine andere meinung hat als jemand anderes bist ja auch automatisch der depp eigene meinung darfst du eh nicht mehr haben nee das ist richtig ja das ist ja das ist richtig aber man am liebsten kein rückgrat mehr und nur noch so wie das fähnchen im winde alles so hin und her und und da kann das sind ja genau das man macht das so wie alle machen ja und das man soll trotzdem selber den kopfbild nutzen auch auch viel jetzt ist ja bei wahlen oder auch nicht bei euch auch waren ja genau das ist hier genauso und wie oft habe ich von meinen kollegen gehört ja ich weiß gar nicht sehen soll ich gehe da reichen ist mir gar scheißegal ja aber das ist verkehrt ja eben dann geht auch hin und macht zwei kreuze spielt keine rolle drei musst du machen oder dann haben mit dem zettel schreiben ja egal aber du hast du bist da gewesen du hast deine stimme abgegeben auch wenn du wenn die finde ich verkehrt ist aber du kannst sagen ich bin da gewesen ich bin da nicht bereit gewesen das zu machen aber deine stimme wird gezählt auch wenn die ungültig ist ja also fällt die schon mal nicht nicht irgendwo in plus oder minus genau und du kannst sagen später weißt du wenn du wenn du wenn da wenn alles schief läuft brauchst du nicht meckern wenn du nicht gewählt hast der muss das maul halten weil wenn du wenn du gewählt hast und die partei die du die du gewählt hast zum beispiel jetzt die kommt an die spitze und die macht dann die entdingen und die macht das ding gefährt das ding gewandt sozusagen dann kannst du das maul aufhalten meckern wie du willst weil du hast gewählt du hast deine meinung gegeben und anstatt deine meinung zum darum zu motzen wenn du nicht da warst ja dann sagst du dir echt das maul halten und das ist ich finde das ganz ganz wichtig dass man da hingeht und halt seine stimme gibt oder auch wenn du deine falsche stimme spielt keine rolle aber deine stimme ist mit gezählt ja das stimmt das stimmt aber wenn man ganz ehrlich ist es ist auch gar nicht mehr so leicht heutzutage vernünftig zu wählen nein sind wir mal ehrlich also weiß ich die erzählen die versprechen das blaue vom himmel und das ist hier genauso das ist noch nicht mal das also wie gesagt ich bin ich bin niemand der der sich irgendwo in eine runde setzt und da über politik oder religion das stundenlang irgendwie da man hat seine meinung natürlich und ich halte das eigentlich auch so mit mit der politik und religion hat ist wie geschlechtsteil schön dazu haben und man wählt da draußen nicht mit rum weiß aber ja es ist ja immer so dass ich jemand da irgendwas aufzwingen oder aber ich sagte dazu wie es ist wenn ich mir gucke teilweise und ich drücke das jetzt ganz bewusst völlig neutral und human aus wenn ich diese kognitive naturbelassenheit von manchen politikern sehe da frage ich mich ernsthaft wo sind wir angekommen also ein lieber herr kommbar fuß also das also keine ahnung das ist doch nicht mehr normal weil die sich da alles zurecht spinnen und da wirst du da begrügt und da wisse und dann hörst du da wieder und ich habe das gefühl dass es mehr dieses ich bin da oben gewesen meister ich habe es geschafft ich bin vielleicht gewählt worden und ich habe meine rente in der tasche der rest ist mir egal weißt du aber das ist nicht ja aber das ist nicht der sinn der sache und deswegen naja aber politik ist ein thema dass das will ich gar nicht hier haben und das wollen wir das wollen wir nicht hier haben ja das ist ein thema was wir was was ganz viel böses blut macht also wenn wir denn lieber über unsere und wir über unsere jugend schnacken was wir für blödsinn gemacht haben und so weiter richtig also politik ist ein thema das ist hat sehr viel hass potenzial und krams und das wollen wir ja definitiv weil da kann man sich dann auch rein steigern das ist nämlich das das ist nämlich genau das und dann kriegt man sie auch nicht plünen und ja dann sagt man vielleicht was er gar nicht so gemeint hat und das versteht man den verkehrt und weißt du wie das ist ja da sind viele dabei die komplett den bezug zur realität verloren haben genauer zu sagen das ist genau der punkt einer sache aber was willst du auch anderes machen die sitzen da in ihrer kanzel da in ihrem affen käfig da unter ihrer glashaube wenn die feierabend haben die setze die werden abgeholt ihr geht die autotür auf dann steigen sie ein werden sie irgendwo hingefahren hause da steigen sie dann wieder aus dann haben 35 bedienstete gefühlt haben haushof garten und so weiter alles in schutz gebracht da steht das fressen auf dem tisch da war der andere bedienste hat eingekauft die kriegen doch gar nichts mit was da auf der straße los ist also was ich meine und so einer will mir einen erzählen als beispiel weißt du das ding ist jetzt nicht mehr grün das ding ist blau weil es draußen warm ist also da kriege ich da hast du adhs oder so was ich mag das sagen kannst du nicht stehe stehen doch kann ich ich meine das haben wir das ist das gleiche thema wie wie wenn man so jetzt diese politik geschichte man sieht das haben wir jetzt ja auch bei bürgers das gleiche thema haben wir jetzt bei bürgers ja oder nicht das haben wir also das müssen wir normalerweise mal auf dem sprech das haben wir jetzt genau das gleiche thema haben wir da auch ja wir haben viel zu viele politiker und keiner sagt wurde wo der hase leuten läuft ja wir haben auch 500 bundestrainer sofort so ist es so ist es leider so ist es leider ja ja ach schön ja gut was soll für diese folge gewesen sein denke ich mal genau wir werden noch mal so kleine special machen irgendwann mal dass wir sagen ja wir werden noch mal unsere kinder auseinander mit euch zusammen wenn ihr lust hat dass wir mal hören was ihr so blödsinn gemacht habt und ja wir sagen mal vielen dank fürs zuschauen ich würde sagen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal